Ja, ich bin Marce Knob, ich bin der Schirmherr von Kinderlachen und Christian Vosseler, einer der beiden Initiatoren, ist bei der Millionenshow von Sat.1.7 dabei. Lieber Christian, ich kann nur sagen, meine Stimme hast du auf jeden Fall und für alle anderen. Votet für den Christian, damit er unter die letzten 50 kommt, dann wäre er bei der Show dabei und das wäre so geil, weil vielleicht gewinnt er eine Million und diese eine Million würde er für Kinderlachen einsetzen. Und wir machen das ganze Jahr ganz viele Sachen für Kinder, für denen es nicht gut geht. Es ist schon spät, ich versuche es grammatikalisch hinzubekommen. Ist auch wurscht. Ruf für den Christian an, es ist ein geiler Typ und es wäre alles für Kinderlachen. Bitte.